Willkommen! Seit lange mal wieder. Wir haben schon lange kein Video mehr hochgeladen, aber es geht gleich wieder los. Wir machen ein neues Konzept und es wird um folgendes Handeln und zwar um... Wie scheiße du? Keine Ahnung, weißt doch nicht worum es geht. Es geht um eine Art Aushalten, wie ihr es vielleicht von Joko und Klaas kennt. Und die erste Challenge wird sein, wer kann die meisten Zwiebeln essen innerhalb von zwei Minuten. Zwiebeln essen! Ja, wir haben das Konzept geändert. Es gibt jetzt einen Messerkampf zwischen Thomas und Nico. Vielleicht, damit keiner sagen kann. Zeigt mal eure guten Stücke. Oh yeah! Sieht man nicht, aber hier sind handelsübliche Zwiebeln. Hier gibt es zu klein geradene Zwiebeln. Ja, kleine Zwiebeln. Und das Ziel ist... Was ist das Ziel? Zu viele Zwiebeln in zwei Minuten. Ja gut, die erste dürfte mal schälen. Ich hab's noch nicht angekommen hier. Also... Okay. Silvia sagt ja nicht gut. Ja, gut okay, aber guckt das ja nicht so viel abschneiden. Ja, ich will ja nur diese Stutzen da wegkramen. Ja, das gibt's nicht! Zwiebeln. Ja, also, wie gesagt, ihr könnt ihr auch mit der Schale essen, dann geht's schneller. Ja klar! Are you ready, Main? Nein. Ja, Thomas. Ja, Thomas hat schon ein lustiges Gesicht. Ja, Thomas hat schon ein lustiges Gesicht. Los! Oh ja, dann geht's los. Ich hab mich knacken. Egal. Da musst du jetzt durch. Boah, ich halte! Scheiße! 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 Ja, ja, so sieht das aus. Ah! 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 Ich glaub... Ich glaub, 10 zu holen war etwas optimistisch. Ich glaub, ich brauch da was. Ah! 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 Ich glaub, ich brauch da was. Ah! Ah! Also, wie lange habt ihr überhaupt Zeit? Drei Minuten! Zwei Minuten? Zwei Minuten. Wie lange noch? Ich koste gleich. Na, einfach noch länger Zeit. Drei Minuten. Nein! Jetzt mach doch mal schnell! Was? Hallo! Schneller! Los, Leute! Du kannst es schaffen. Das ist gar nicht schlecht. Auf dem leeren Ma... Magen zu mir. Pinslet! 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 Also, Niko, ganz klein Entführung. Nein, ich kotze gleich. Keiner will wissen, wie am nächsten Morgen die Toilette aussieht. nur später. Uuuh! Doch nicht, wenn ich zu dir laufe. Sieht nicht gut aus. Das sieht nach dem Gleichstand aus. Was? Wie viel hast du gegessen? Eine. Ja, meine war aber größer. Ja, es ist so. Die Menge. Hä? Ja, deswegen. Das war gut. Das kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Menge. Ja, gell? Wie viel bei rauskommen, ne? Ja. Egal wie kleiner ist. Hauptsache die Eier sind groß. Das Dach ist groß genug. Und, wer hat jetzt gewonnen? Nico, glaube ich. Nico, glaubst du? Glaube ich nicht. Du hast nämlich schon eine gegessen. Ja gut, es tut mir leid, es ist leider unentschieden. Ihr müsst nochmal eine Runde machen. Nochmal, nochmal. Wir machen einfach Schnick-Schnack-Schnuck. Nein, Schnick-Schnack-Schnuck gibt's nicht. Boah, ich hätte nie gedacht, dass Zwiebeln so widerlich sein könnten. Wir machen es jetzt einfach so weiter. Jeder von euch isst noch eine Zwiebel und derjenige, der nicht kotzt, hat gewonnen. Sorry Leute, ich weiß halt nicht, wie alt die Zwiebeln waren, die lagen einfach da rum. So alt könnte ich nicht sein. Boah, mein Bauch. Weiß rein, weiß rein, weiß rein, weiß rein. Hat jemand ein Tempo oder so? Ich will das nicht essen. Weiß rein! Ich bin doch nicht blöd. Ich hab doch keine Zwiebeln. Weiß rein! Eine Zwiebel, sie zu knechten. Alter Schwede. Wir machen beide eine Niederlage, Thomas. Ja, okay. Wir haben jetzt beide Niederlage. Ja, okay. Wir haben jetzt beide Niederlage. Schon gekommen fast wieder. Ja! Ja! Wow! Schon gekommen fast wieder. Ja! Ja! Und dann? Eine Zwiebeln Moschee. Eine Zwiebeln Moschee. Eine Zwiebeln Moschee! Ja und die Feist! Schau mal, da kann man sonst so'n Gesicht drauf machen. Hey! Zwiebel Face! относ Lily cuadern Face! You failed, you asshole, you fail! Mein Zwiebeln muss man. Aaaaaaaaaaaahhh! Ja, hallo. Das Video war ja jetzt mal ähm bisschen mehr Fail. ...als ... ...no am well единlicher Versch意思 als einmal. Ihr könnt es uns über eine Videoantwort zeigen. Wenn ihr es wirklich schaffen solltet, könnt ihr ein PetsalipsTV-Mini-Paket gewinnen. Jeden Samstag werden wir jetzt versuchen, eine neue Folge hochzuladen. Die Bedingungen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schickt uns Challenges, Ideen, die ihr habt, die wir noch machen können per Videoantwort oder als Kommentar oder per E-Mail. Von denen die Idee umgesetzt wird, die Aufgabe umgesetzt wird, können ein Petsalips Mini-Paket gewinnen. Leute, die eine Videoantwort gemacht haben, haben natürlich eine größere Chance als Leute, die ein E-Mail senden oder ein Kommentar schreiben. Sehr klar. Außerdem gewinnt der YouTube-User RazerPew, wenn man es richtig ausspricht, ich schreibe es mal hier unten in den Kasten rein, das erste Mini-Paket, weil er uns auf die Idee gebracht hat, diese HölzerLipsTV-Aushaltenversion zu übernehmen. Bis zum nächsten Mal, nächsten Samstag, kommt die nächste Folge. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020